Hallo, mein Name ist Stefanie Birkner. Ich bin Professorin an der Karl-von-Nosjetzki-Universität, eine der Gründungshochschulen in Niedersachsen. Denn in Niedersachsen steht nicht nur das Thema Innovation für eine starke, kleine, mittelständische Wirtschaft, sondern auch für die Wissenschaft. Niedersachsen hat es sich auf die Fahnen geschrieben, das Thema Innovation und Entrepreneurship in die Breite zu tragen. Nicht nur im Kleinen zu denken, sondern im Großen tatsächlich zu handeln. Das ist der Grund, warum auch ich mich in diesem Beirat engagiere. Denn das Thema Innovation ist etwas, was man nur gemeinsam in einem guten und starken Netzwerk voranbringen kann. Innovationspartnerschaften zwischen Politik, Wirtschaft und Wissenschaft sind hier von besonderer Bedeutung. In meinen Augen sind Themen, die hier zukünftig besondere Relevanz besitzen, zum einen das Thema digitale Transformation. Wie denken und arbeiten wir zukünftig? Welche Ideen von Führung haben wir zukünftig? Aber auch die Idee, wie schaffen wir es, dass jeder Mensch in Niedersachsen davon überzeugt ist, Innovation selber zu schaffen? Wie schaffen wir es, Frauen, junge Menschen, jeden da draußen davon zu überzeugen, Innovation für und in Niedersachsen groß zu machen? Und deswegen engagiere ich mich auch stark für das Thema weibliches Unternehmertum und freue mich, diese beiden Themen gemeinsam im Beirat mit voranzutreiben.